Hallo zusammen, das ist Alessio, ich bin Ruben, wir machen die Lehre als Gärtner-Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau EFZ bei der Firma Spaltenstein. Wir würden euch heute mitnehmen für eine kleine Exkursion, kommt doch mit. Als Landschaftsgärtner pflegst du Gartenanlagen und gestaltest du sie um oder sogar neu. Wenn du beim Spaltenstein deine Lehre machst, hast du aufgrund der grossen Spannbreite Arbeiten eine sehr gute und spannende Lehre. Und ab und zu liegt auch ein Feierabendbier oder ein Grill drin. Als Gärtner sind wir körperlich fit, sehr gerne draussen, keine Angst vor dreckigen Fingern haben, Teamfähigkeit ist ein wichtiger Punkt, Freude an den Pflanzen und bei allen Wetter arbeiten können. Die Firma Spaltenstein ist sehr gut erreichbar mit dem ÖV. Wir bieten einen sehr grossen Werkhof mit Essensmöglichkeiten. Unsere Maschinen helfen uns tagtäglich bei der Handarbeit. Und wenn du mal Fragen hast, haben wir Mitarbeiter, die als QV-Experten und YK-Leiter fungieren. So, wir gehen jetzt ins 9. Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich doch jetzt beim Spaltenstein. Und wir gehen jetzt ins correspond- Vielen Dank.